In diesem Video zeige ich euch, was der Modulo-Operator ist und wie ihr feststellen könnt, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, was if und else ist und habe euch die Aufgabe gestellt, herauszufinden, wie man feststellen kann, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade, und habe am Schluss eine Lösung gezeigt, mit der man das machen konnte, allerdings war die furchtbar kompliziert. Aber es hat zumindest gezeigt, dass ihr mit den Sachen, die ihr bisher hier in dieser Videoserie gelernt habt, bereits sowas machen könnt, wenn ihr um drei Ecken denkt. Jetzt will ich euch eine viel einfachere Lösung zeigen, um dasselbe zu erreichen. Öffnet wieder die Konsole. Um festzustellen, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist, nehmt ihr einfach irgendeine Zahl – also angenommen, wir wollen diese Zahl testen, 901 wie im letzten Video – und schreibt ein Prozentzeichen und danach zwei. Wenn ihr Enter drückt, kommt eins raus. Was hat das jetzt zu sagen? Gucken wir mal uns die nächste Zahl an. 902. Da kommt Null raus. 903. Und bei 903 kommt wiederum eins raus. 904. Null. Vielleicht erkennt ihr bereits das Muster 1, 0, 1, 0. Überall, wo eine ungerade Zahl ist, kommt eins raus und überall, wo eine gerade Zahl ist, kommt Null raus. Das heißt, das ist ein unglaublich einfacher Weg, um herauszufinden, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade. Man braucht im Grunde halt nur zwei Zeichen, dieses Prozentzeichen und diese zwei. Dieses Prozentzeichen heißt Modulo und ist der letzte Operator, den wir bisher noch nicht behandelt haben in dieser Videoserie. Der reiht sich ein in die Liste der mathematischen Operatoren von Addition, Subtraktion, Multiplikation und so weiter. Und die Sache ist, dass Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ziemlich bekannt sind und Inkrement und Dekrement hatte ich auch mal erzählt, das ist einfach plus eins und minus eins, aber Modulo kennt man so nicht. Was macht der also? Was ist das für ein Operator? Und ich will mal versuchen, dass ihr das selbst herausbekommt. Wenn ich 10 durch 1 teile, kommt 10 raus. Wenn ich 10 modulo 1 mache, kommt 0 raus. 10 durch 2, 5, 10 modulo 2, 0, 10 durch 3, 3,33, Periode 3, 10 modulo 3, 1. Bei 10 modulo 1 und bei 10 modulo 2 kam 0 raus, bei 10 modulo 3 das erste Mal 1. 10 durch 4, 10 durch 4, ach ja, ihr merkt hier übrigens schon, es hat was mit Division zu tun, sonst würde ich das hierher nicht demonstrieren. 2,5, 10 modulo 4, 2, ebenfalls nicht 0, 10 durch 5 ist 2, 10 modulo 5 ist 0, 10 durch 6, 1,6666666, 10 modulo 6, 4, 10 durch 7, 1, das da, 10 modulo 7, 3, 10 durch 8, 1,25, 10 modulo 8, 2, hier seht ihr übrigens auch 10 modulo 6, 4, 10 modulo 7, 3, 10 modulo 8, 2. Also da seht ihr schon so einen Verlauf, 10 durch 9 ist 1, 1,1,1,1 und 10 modulo 9 ist 1. Und jetzt das letzte noch, 10 durch 10 ist 1, 10 modulo 10, 0. Hier die ganze Liste auch nochmal in Gegenüberstellung. Das sind die Zahlen, bei denen in der Modulo-Operation 0 herauskam und das, wo alles andere als 0 rauskam. Wenn ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, könnt ihr ruhig nochmal das Video pausieren und nochmal nachdenken, ansonsten kläre ich das Ganze jetzt mal auf. Wenn ihr euch an die Grundschulzeit zurückerinnert, als ihr noch keinen Taschenrechner benutzt habt, um zu dividieren, sondern das per Hand gemacht habt, da sah das Ganze so aus. Das ist die schriftliche Division. Und da habt ihr noch nicht mit Kommas gerechnet. Das kam erst später hinzu. Zumindest war das bei mir so. Und ihr hattet dadurch einen Rest. Dividieren mit Rest. Und wenn ihr euch nochmal die Modulo-Operationen und die Ergebnisse anseht, da erkennt ihr, dass das der Rest dieser Division ist. Und dazu ist der Modulo-Operator da. Und deswegen funktioniert das auch so gut, zu gucken, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade, weil man mit dem Modulo-Operator ganz einfach überprüfen kann, ob eine Zahl generell durch eine teilbar ist. 10 ist eine gerade Zahl, deswegen gibt es bei der Division durch 2 keinen Rest, weil das glatt aufgeht. Und deswegen ergibt 10 Modulo 2 0. Wir können das Ganze auch mal mit 3 ausprobieren. Wenn wir 9 Modulo 3 machen, ergibt das auch 0, weil 9 durch 3 teilbar ist. Und wenn wir jetzt nochmal die Aufgabe aus dem letzten Video mit diesem Modulo lösen wollen, dann können wir uns nochmal so eine Variable number machen und setzen wir die mal auf einen anderen Wert, sagen wir 512. Und dann schreiben wir einfach if number %2, dann alert die Zahl number ist ungerade und ansonsten ist die Zahl gerade. Die Zahl 512 ist gerade, spuckt er jetzt hier aus und wenn ich jetzt nochmal ein number auf einen anderen Wert setze, zum Beispiel 333, dann kommt raus, die Zahl 333 ist ungerade. Dadurch haben wir jetzt also die Aufgabe viel einfacher gelöst als im letzten Video. Eventuell fragt ihr euch jetzt allerdings, warum funktioniert das denn eigentlich? Denn number modulo 2 ergibt 1 und 512 modulo 2, das was wir hier oben hatten, ergibt 0 und das ist beides kein true oder false. Aber ich hatte ja im letzten Video erklärt, dass hier diese Bedingung beim if irgendwie true oder false jedenfalls irgendeinen bullschen Wert haben muss. Wieso das auch mit 1 und 0 funktioniert, zeige ich im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in der Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran. Okay umm. Okay. 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 Bye. Untertitelung des ZDF, 2020